Eine Person wie er ist doch logisch, dass der irgendwie verarscht wird von der ganzen Welt, so wie der drauf ist. Es ist also ja auch nichts gegen ihn als Person, weil ich kenn ihn ja nicht, ich weiß ja nicht, wie der... Ich weiß ja nicht, ich kenn ihn ja nicht privat, deswegen weiß ich ja nicht, wie er eventuell privat ist. Vielleicht hätte er das auch alles mit Absicht gemacht, damit er halt schön viel Fame bekommt oder sowas. Und das hat er dann irgendwie, keine Ahnung, das gefällt ihm wahrscheinlich irgendwie sogar, diesen Fame, sag ich mal. Den er da hat. Aber manche Sachen, die so die, äh, manche Leute, so die Hater machen, das geht dann schon ein bisschen unter die Gürtellinie, zum Beispiel, wo er da mit den Eiern beworfen wurde oder sowas. Ich meine, ich hab mir irgendwo auf den Arsch abgelacht, aber irgendwie ist es auch schon ein bisschen sehr gemein, sowas. Das ist dann schon ein bisschen sehr, sehr gemein, würde ich sagen. Wir sind schon viel, ist gut, ist es dann. Vielleicht sollte ich mal ein Best of Graf Darko Twitch Livestream machen. Gibt es sowas? Kann man sowas überhaupt machen? Ein Best of Graf Darko? Ich meine, so viel hab ich ja eigentlich noch nicht direkt gemacht, streamtechnisch. Glaub ich zumindest nicht. Aber wenn du willst, kannst du natürlich gerne irgendwas raussuchen. Das steht dir natürlich zur Freien Verfügung. Soll ich euch nicht. Ich weiß vom besten Film gar nicht, wer ich bin. Herrgott, meine Reise. Ich glaube, aber ich bin richtig. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Ah, fuck. Ich bin falsch. Von hier bin ich gekommen. Ich bin gerade den ganzen Weg mir zurückgeladet. Was wollt ihr? Seriously. Best of Graf Darko Livestream. Gleich 25, bin so eine Argfrisse. Ja, vollends. Vollends. lüge 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 oder sowas gab es da nicht so was ich weiß nicht ich bin ja ich bin ja nicht so ein typ der grundlos andere leute passen würde ich meine ich habe nicht wirklich einen grund in zu lassen weil er mir nicht wirklich getan hat oder sowas ich meine ich wüsste ihn hassen wenn er jetzt tokyo-gul mögen würde zum bleibspiel zum bleibspiel aber das wäre jetzt natürlich was anderes aber das wäre dann eher sowas was das was privates wenn man hier fahre looks like a scarecrow some kind it appears to dress an animal fur wow der die tüte da geht glaube ich manchmal hier rüber die haut ist kein organ die haut ist ein gewächs ja ist ein slot 2016 er ist allerdings letztes er gesagt irgendwann keine ahnung die haut ist kein organ ist ein gewächs auf jeden fall weil die haut ja wachs 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 wachsend tut und so ne ja ich weiß er hat schon solche solche sprüche drauf wie man denken müsste wow legastheniker lord ich meine das ist teilweise schon so ich weiß nicht ich habe immer noch das gefühl der macht das teilweise mit absicht weil er halt den fame kriegt und er auch nur durch die hater lebt und durch nichts anderes eigentlich scarecrow pass auf da gewährt man es in der nähe auf jeden fall oh was habe ich hier gefunden a poker has been thrust into the remains of the bonfire looks like it would make a good weapon ja dann nimm doch das ding auf wenn du mal ach so hier pick up hier so you got poker ähm muss ich das ding irgendwie erst noch ausrüsten oder wie aim ich denn so oh god der combat wird lustig vor allem ich kann mich nicht bewegen während ich das ding hier habe ja das kann ja was werden wenn ich dann gegen die gegner kämpfe oder sowas poker wohl eher joker ja der joker ist hier auf jeden fall aber ich werde hier sehen ehrlich nicht mit ner ich weiß nicht dass das gefühl ist noch irgendwo einer hier ist noch einer anscheinend okay das ist ein es sind also vier gegner hier gut ja auf jeden fall illuminati confirmed vollends himmel arsch und wolken wo geht es denn hier weiter ich bin da total verwirrt aber warte mal kann ich nicht eventuell das teil benutzen um das ding aufzubrechen den poker kommt sie hier hoch wo ist sie denn ah hier hab urlaub er fluss hab ich jetzt was ist sie denn jetzt himmel arsch und wolkenbruch viel blöd pull up ja geht doch so kann ich zufälligerweise diesen poker benutzen open lock ja was ist mit dem ding hier kann ich das nicht ich kann mich bewegen mit dem sieht aber sehr komisch aus da ohhhh ohhhh ach sooo mit ooooh sind jetzt hier andere viechers ohhhh 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 ja die franzosen ja die franzosen an impressive tomb looms over the area perhaps eh belongs to personal and local importance ich hör hier was grunzen oder ich hör hier was grunzen oder irgendwie verrückt mich das gerade ein bisschen stop emote spamming sagt der nightbot nightbot sagt nein hä was wo wie wer wann wo was greift hä du äh 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 hauen guck dir den an guck dir den an er versucht hochzukommen aber er schafft es nicht wenn er von mir verprügelt wird ah ah böser typ los verschwinde ich glaube er ist dort ja er ist dort wer faucht hier wer faucht mich hier an fauchst du mich hier an oder was kann ich den untersuchen den Typen nein vielleicht nicht keine ahnung so so please yes 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 please äh 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 ähm hier ist irgendwo noch einer oder hier ist irgendwo noch einer oder hockt der da nein nein äh hau ihn doch ne 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 stirb 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 nochmal mein wegen äh er dampft aus und äh hockt da jetzt keine ahnung an das normal ist das normal ist ich hab angst und bin verstört auf vielen ebenen ich bin auf so vielen ebenen verstört ich weiß auch nicht wo ich hin soll keine ahnung äh pull up hier oh Gott Leute also weiter geht's schafft mich das Spiel noch ui kennst du Captain Metal? ne kenne ich nicht Captain Metal kenne ich nicht ich keine Ahnung wie das ist ich dachte ich hätte gerade gekreischt oder sowas keine Ahnung so gut ich kann hier mit ihm leihen ich kann hier mit ihm leihen ich kann hier mit ihm leihen wie nehm ich jetzt DINNER DINNER wie nehm ich jetzt gerade DINNER schon den hier und ich zeig den hier ja so das das ist das derselbe? oh oh ich lau weiter Captain Madison Song von den Ärzten ich hör die Ärzte nicht deswegen weiß ich das nicht ich nix Ärzte höre hey hey hier ist die an der Tür es scheint die Blackgate der Kirche zu sein aber es gibt einen stürzigen Lock kann ich dagegen hauen? weil hier ist einfach dasselbe hier normal wie vorher bei dem anderen eh eh ich glaube das geht nicht oder? ja ja man du musst doch bei dem Drachenloch runterkommen ganz ehrlich Jungen ganz ehrlich mein Freund diese Musik ist voll verstörend hör auf mich rum zu kommandieren ich suche ja schon ich muss irgendwie ein Schloss finden oder so also einen Schlüssel finden shit 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 wo ist er denn? wo ist er? wo 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 Habe ich wenigstens hier einen Checkpoint? Ja, habe ich. Okay, danke. Gut, okay. Kein Problem. Immerhin gibt es hier einen Checkpoint. Warte mal kurz. Ist das wirklich richtig? Ja. Hallo, blöde Tussi. Komm mit. Komm her. Komm her. Ich könnte durchsteigen hier. Ich meine, es ist ja schon gut, wenn du Drachen Lord magst und so für ein Blödsinn und wenn du Videos auch toll findest oder whatever. Das kann ich auch voll ganz einfach ziehen. Das ist ja auch witzig und so, aber ich bin ja nicht Drachenlord. Deswegen ist es okay, wenn du das... Hallo? Hallo? Aha. So, versuch's nochmal, Kumpel. Gehst du weg? Ich meine, ja, für ein Video für einen Drachenlord, wo ich's gemacht habe, da. Das ist eine Drache-Isolation, das war alles. Das ist okay, wenn du deine Kommentare zum Drachenlord abgibst. Ist völlig okay. Aber ich meine, ich bin ja... Ich guck da manchmal rein bei dem Typen, bei so einer Geschichte. Keine Ahnung. Klingt wie bei ATL teilweise. Und, äh, weiß auch nicht. Könnte man verkaufen. Äh... Äh... Wo? Wo? Ich hab's doch gerade gesehen. Ich... Hinter mir? Aua! Kleiner... Du Arschloch! Schwinde! Schwinde! Oh nein! Nein, 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 nein. Jetzt bockst du ihn um den... komischen Typen da. Hä, gerade nochmal. Okay, der ist out. Der ist down. Da ist noch ein Typ. So, okay, zwei Typen hab ich hier gefunden. Okay. Ich km noche vor demziehen. Wir machen alleイens. Untertitelung des ZDF für funk, 2017